Wir sehen ja, wie die Infektionen stattgefunden haben. Die Größe der Infektionen. Das war nicht im Supermarkt oder im Restaurant. Das war bei der Party beim Après-Ski in Ischgl. Das war in der Trompete in Berlin in der Bar. Das war bei Knappenkarneval in Gangelt. Und bei den ausgelassenen Fußballspielen in Bergamo. Und da gibt es überall in der Welt diese Beispiele, wo wir die großen Ausbrüche haben. Aber das kam nicht aus einem Supermarkt, das kam nicht aus einem Fleischer oder aus einem Restaurant. Sondern das kam aus engen Beieinandersein für eine längere Zeit.